Die Wunder des organischen Germaniums In diesem Film möchte ich Ihnen das organische Germanium vorstellen, das auf dem Buch des japanischen Forschers Dr. Katsuhiko Asai basiert. Das Buch selbst stand vor Jahren auf der Verbotsliste und ist meines Wissens nach immer noch nur in deutscher und englischer Sprache erhältlich. Später werden Sie erfahren, was der Grund für das Verbot war und welche neue Methode nun zur Lösung desselben Problems derzeit eingesetzt wird. Und zwar, um einen sehr lukrativen Marktanteil nicht zu gefährden. In den 70er Jahren konnte Dr. Asai fast jede bekannte Krankheit mit einer organischen Germaniumlösung heilen, vom Nagelpilz bis zur Enzephalitis. Es ist sehr wichtig, klar zu stellen, dass Germanium als solches weder organisch noch anorganisch ist. Germanium ist ein Element, das im Periodensystem von Mendeleu enthalten ist. Indem man andere Elemente mit ihm verbindet, entstehen organische und anorganische Verbindungen. Anorganische Germaniumverbindungen sind allesamt giftig, während organisches Germanium ein Spurenelement ist, wie Zink oder Magnesium. Alle Spurenelemente haben eins gemeinsam, dass der Körper nur sehr wenig davon benötigt, aber das Wenige, das benötigt wird, ist unvermeidlich. Mendeleu nahm es als Ekasilitium in seine Tabelle auf, weil er zu diesem Zeitpunkt nur die Existenz dieses Elements vermutete. Erst 17 Jahre später, im Jahr 1886, entdeckte es der deutsche Wissenschaftler Clemens Winkler und nannte es aus Respekt vor seinem Heimatland Germanium. Seine Entdeckung erregte kein großes Aufsehen. Sie war nur ein weiterer Beweis für Mendel Echus Theorie, aber mit der Entwicklung der Elektronikindustrie wurden die Halbleitenden-Eigenschaften des Elements entdeckt. Halbleiter sind Materialien, die den Strom nicht so gut leiten wie Metalle, aber auch nicht als Isolatoren verwendet werden können. Die wichtigste Eigenschaft von Halbleitern ist ihre Fähigkeit, Elektronen abzugeben und aufzunehmen. Aufgrund dieser Eigenschaft eignet sich Germanium für die Herstellung von Transistoren und Dioden und hat das Interesse von Dr. Asai an seinen biologischen Anwendungen geweckt. Wer war Dr. Asai? Er wurde 1907 in der Manchurei geboren. Seinen ersten Abschluss machte er 1932 an der Tokyo Law School. Danach wurde er nach Deutschland geschickt, um Bergbauingenieurwesen zu studieren. Er konnte erst nach dem Zweiten Weltkrieg nach Japan zurückkehren. Anschließend begann er mit der Forschung im Bergbau und wurde mit der Wiederbeliebung des japanischen Kohlebergbaus beauftragt. Er war der Erste, der Germanium in einer Kohleprobe nachwies. Einige Kohlesorten enthalten recht hohe Mengen davon. Dr. Asai vertrat die Theorie, dass es aus dem Körper der Pflanze und nicht aus dem Boden in die Kohle gelangt. Kohlenstoff wird bekanntlich aus den Körpern abgestorbener Pflanzen gewonnen. Um dies zu überprüfen, begann er verschiedene Pflanzen zu studieren und stellte fest, dass Pflanzen, die in der traditionellen chinesischen Medizin hoch angesehen sind, sehr hohe Konzentrationen an Germanium enthalten. Ohne Bedarf auf Vollständigkeit sind hier die organischen Germaniumgehalte einiger bekannterer Pflanzen aufgeführt. PPM ist eine Maßeinheit, die von den englischen Parts per Million, Teile der Million bedeutet. Der Zusammenhang wurde ihm klar und er brauchte nur zehn Jahre, um ihn in seinem Labor selbst herzustellen. Im November 1967 und 60 gelang ihm schließlich die Synthese des ersten organischen Germaniums, des Germanium-Carboxyate-Sesquioxids oder G132. Dr. Asai meint, dass alle Krankheiten durch Sauerstoffmangel verursacht sind. Das heißt, wenn man die Kausalkette abwärts geht, kommt man zu dem Punkt, an dem zu wenig Sauerstoff vorhanden ist, damit die Zelle richtig funktionieren könne. Um zu verstehen, wie organisches Germanium funktioniert, müssen wir einige grundlegende Prozesse kennen. Der Körper gewinnt die Energie, die er zum Funktionieren braucht, durch die Verbrennung von Nahrung. Bei diesem Prozess werden Kohlendioxid und Wasserstoff freigesetzt. Das Kohlendioxid wird ausgeatmet und der Wasserstoff wird in Wasser umgewandelt, indem er jeweils zwei Sauerstoffatome an sich bindet, das dann über die Nieren oder als Schweiß ausgeschieden wird. Bei den normalen Funktionen des Körpers entstehen auch Sauerstoffverbindungen mit vielen freien chemischen Werten, die sehr instabil und giftig sind. Diese sind nicht völlig nutzlos und schädlich, da sie auch vom Immunsystem zur Vernichtung von Krankheitserregern eingesetzt werden. Werden jedoch zu viele davon produziert, können sie die Proteine und Nukleinsäuren unserer eigenen Zellen angreifen, zum Beispiel die DNA des Zellkerns, und Schäden verursachen. Außerdem wird zusätzlicher Sauerstoff benötigt, um diese Verbindungen mit vielen freien Radikalen zu neutralisieren. Dies zeigt, dass Sauerstoff an relativ vielen Stellen benötigt wird. Doch leider erfordert eine falsche Lebensweise, eine falsche Ernährung auch zusätzlichen Sauerstoff, den unser Körper aus anderen Quellen beziehen muss. Das ist so, als würde man in einem Haushalt immer mehr Elektrogeräte einschalten. Je mehr Strom benötigt wird, desto mehr dreht sich der Stromzeller. Solange der Strom reicht, ist das kein Problem, aber wenn die Spannung abfällt, flackert das Licht, der Kühlschrank kühlt nicht richtig, die Waschmaschine läuft nicht. Wenn viel Sauerstoff im Blut ist, verringert sich seine Dichte, was wiederum den Bluthochdruck senkt, so dass er zu den Zellen in den Kapillaren gelangt und deren Sauerstoffversorgung verbessert. Was sind laut Dr. Asai die Ursachen für Sauerstoffmangel? Erster. Die Azidose. Eine Azidose, die durch falsche Ernährung verursacht wird, bedeutet, dass zusätzliche Wasserstoffionen im Blut zirkulieren, die nur durch zusätzlichen Sauerstoff entfernt werden können. Zweiter. Der Verzehr des Lebensmittels mit Molekülen, die viele freie chemische Werte haben. Diese Moleküle neigen dazu, sich an Sauerstoffatome zu binden, wodurch sich die Zahl der verfügbaren Sauerstoffatome weiter verringert. Laut Dr. Asai sind krebserregende Verbindungen und Verbindungen mit einem hohen Gehalt an freien Radikalen ein und dasselbe. Dritter. Stress. Laut Professor Hans Seile führt ständiger Stress dazu, dass der Körper Hormone produziert, zum Beispiel Adrenalin, die ebenfalls zur Übersäuerung beitragen. Seine Experimente an Mäusen haben gezeigt, dass Tiere unter Dauerstress schnell krank werden und sterben. Als Dr. Asai mit der organischen Germaniumlösung fertig war, befand er sich in ernsten Schwierigkeiten. Er litt an so starkem Rheuma, dass er praktisch stationär behandelt werden musste. Seine Ärzte konnten ihm nicht versichern, dass sich sein Zustand verbessern würde. Anstatt weiter zu warten, probierte er es selbst aus, um zu sehen, was organisches Germanium leisten kann. In den ersten Tagen der Behandlung trat nur eine leichte Besserung ein, aber er setzte die Behandlung fort und konnte am zehnten Tag aufstehen und einen kurzen Spaziergang um das Haus machen. Er hatte einen befreundeten Therapeuten, der in der Nähe wohnte und von Zeit zu Zeit Akupunktur zur Linderung seiner Schmerzen einsetzte. Er war der erste Außenseiter, der gesehen hat, wie sich jemand von einer Krankheit, die die moderne Medizin als unheilbar ansieht, innerhalb weniger Wochen vollständig erholte. Und er war der erste, der seinen eigenen Patienten die organische Germaniumlösung von Dr. Asai verabreichte, mit großem Erfolg. Als sich dies herumsprach, wurde die offizielle Medizin darauf aufmerksam und verbot es, weil die erforderlichen Genehmigungen fehlten. Er war daher gezwungen, das Genehmigungsverfahren einzuleiten. In einem ersten Schritt wurde geprüft, ob organisches Germanium giftig ist. Dr. Asai unterzog die von ihm synthetisierte GE132-Verbindung den üblichen toxikologischen Tests in einem akkreditierten Institut, die zeigten, dass das organische Germanium völlig harmlos ist. Um auf Nummer sicher zu gehen, nahm Dr. Asai seine tägliche Dosis bis zu 3 Gramm ohne Probleme. Jüngste Tests an Mäusen zeigen, dass ein 70 Kilogramm schwerer Mensch 238.000 Milligramm organisches Germanium zu sich nehmen müsste, um als giftig zu gelten. Das ist das 158-fache der empfohlenen Höchstmenge. Wichtig! Die anorganischen Germanium-Verbindungen, die in der Elektronikindustrie verwendet werden, dürfen nicht mit organischen Verbindungen verwechselt werden, da erstere hochgiftig sind. Aus Zeitgründen kann ich Ihnen nicht über seine Experimente mit Pflanzen und verschiedenen Tieren berichten, aber in jedem Fall war die Wirkung spektakulär und sehr positiv. Pflanzen sind widerstandsfähiger gegen extreme Wetterveränderungen geworden, und kranke oder verletzte Tiere haben sich blitzschnell erholt. Schauen wir uns an, wie organisches Germanium funktioniert. Wie ich früher sagte, ist organisches Germanium ein Halbleiter, weil es sich leicht mit bestimmten Atomen verbindet. Es ist pathologisch erwiesen, dass Germanium an die roten Blutkörperchen bindet, wodurch das Blut mehr Sauerstoff transportieren kann. Wasserstoffatome neigen auch dazu, sich an Germaniumatome zu binden, wodurch Germanium bei diesen Prozessen den Sauerstoff ersetzt. Dadurch wird auch freier Sauerstoff produziert und die Sauerstoffversorgung der Zellen verbessert. Und in Gebieten, in denen vorübergehend ein anerobes, sauerstoffarmes Umfeld herrscht, kann Germanium dank seines hohen elektrischen Potenzials die Zellen mit Energie versorgen. Interessanterweise kann man das spüren. Viele Patienten haben ihrem Arzt berichtet, dass sie nach der Einnahme der organischen Germaniumlösung ein seltsames warmes Kribbeln im Körper verspürten. Es ist sehr interessant, dass das Auto sofort anspringt, wenn man eine Germaniumlösung in eine völlig entladene Autobatterie gibt. Diese Tatsache ist wissenschaftlich schwer zu erklären, aber sie ist mit Sicherheit darauf zurückzuführen, dass die Batterie durch das elektrische Potenzial des organischen Germaniums aufgeladen wird. Experimente an Mäusen und Menschen haben gezeigt, dass es die Produktion von Interferon erhöht, das vor Viren und Krebs schützt. Germanium stimuliert die Makrophagen, deren Aufgabe es ist, den Körper von Zellen zu reinigen, die dort nicht zu suchen haben. Bakterien, Viren, Krebszellen. Makrophagen können das Wachstum von Krebstumoren verhindern, wenn sie in ausreichender Zahl vorhanden sind. Ich hoffe, Sie konnten mir bis hierher folgen und ich war nicht zu langweilig, denn wir werden jetzt zur Erklärung der Quantenphysik kommen. Bleiben Sie jetzt bis zum Ende, denn es lohnt sich. Nach der Definition der Quantenphysik ist ein Mensch eine Ansammlung von Teilchen mit einem sehr kleinen elektrischen Potenzial. Der Tod kann auch als ein Körper ohne elektrisches Potenzial definiert werden. Immer mehr medizinische Instrumente basieren auf der Messung dieses winzigen elektrischen Potenzials, aus dem sie auf die richtige oder falsche Funktion eines bestimmten Organs schließen können. Jedes Organ hat sein eigenes normales elektrisches Potenzial. Wird ein anderer Wert gemessen, deutet dies auf eine Erkrankung des betreffenden Organs hin. In der Quantenphysik ausgedrückt, wenn es gelingt, das elektrische Potenzial eines Organs wieder auf den richtigen Wert zu bringen, wird das Organ normal funktionieren. Krebszellen zum Beispiel haben nachweislich ein hohes elektrisches Potenzial. Dies könnte erklären, warum sie sich so schnell vermehren können. Und das organische Germanium bindet Elektronen an sich selbst, wodurch das Potenzial der Krebszelle gesenkt und in den Normalzustand zurückgeführt wird. Hier zeigt organisches Germanium das gleiche Verhalten, das für Halbleiter typisch ist und das bei der Herstellung von Transistoren oder Dioden so nützlich ist. Stellen Sie sich vor, man kann mit organischem Germanium betäuben. Schmerz ist ein elektrischer Reiz, ein Elektronenfluss vom Ort des Schmerzes zum Gehirn. Das Prinzip der Anästhesie besteht darin, den Weg dieses Elektronenflusses zu blockieren. Natürlich ist der Schmerz da, wir spüren ihn nur nicht. Organisches Germanium kann diese Elektronen auch an sich selbst binden, und diese Art der Anästhesie hat auch bei längerem Gebrauch keine Nebenwirkungen. Dies ist auch ein Kompliment für den medizinischen Einsatz von Halbleitern, denn es gibt derzeit tausende von Medikamenten auf dem Markt, von denen keines halbleitende Eigenschaften hat. Und es hat noch eine weitere sehr wichtige Eigenschaft. Da es halbleitend und nicht metallisch ist, reichert es sich nicht im Körper an, sondern wird innerhalb von 20 bis 30 Stunden ausgeschieden. Dies ist besonders nützlich, wenn es darum geht, die Schwermetalle zu beseitigen, die wir über Jahrzehnte aus unserer Umwelt aufgenommen haben. Diese Stoffe, wie Blei, Quecksilber und Cadmium, sind gefährlich, weil sie sich im Körper über einen langen Zeitraum in Mengen anreichern, die schon giftig sind. Das organische Germanium bindet die Schwermetalle, reinigt das Blut und hilft, die richtige Chemie wiederherzustellen. Anschließend verlässt es den Körper mit den an ihm haftenden Schadstoffen. Dies ist sein größter Vorteil gegenüber herkömmlichen Arzneimitteln, es wird vom Körper spurlos ausgeschieden und hinterlässt keine Nebenwirkungen. Dr. Azai hat festgestellt, dass organisches Germanium bei einer Vielzahl von Krankheiten wirksam ist, insbesondere aber bei den sogenannten Zivilisationskrankheiten. Ob es sich um eine Erkrankung des Herzkreislaufsystems, des Bewegungsapparats oder des Nervensystems wie Parkinson oder Alzheimer handelt. Das Erstaunlichste daran ist, dass es mühelos Erleichterung in Fällen gebracht hat, in denen Medikamente kaum Wirkung zeigten. Und das ist noch nicht alles. Es gibt verschiedene Theorien darüber, was uns altern lässt. Eine davon ist, dass sie durch die Produktion von sogenannten Amyloiden verursacht wird. Dabei handelt es sich um abnorm veränderte, unlösliche Proteinketten, die sich in den Zellzwischenräumen, vor allem in Herz und Gehirn, ablagern und im Laufe der Zeit die ordnungsgemäße Funktion der Organe zunehmend beeinträchtigen. Studien an Mäusen haben gezeigt, dass die Einnahme von organischem Germanium zu einer deutlich geringeren Amyloidbildung führt. Es ist wichtig zu erwähnen, dass Dr. Azai, der ein religiöser Mann war, dieses Element als ein Geschenk Gottes betrachtete und es niemals als Medizin ansah. Er betrachtete sie als ein Werkzeug, das der Schöpfer der Menschheit gegeben hat, um unser Leiden zu lindern und unsere Gesundheit wiederherzustellen. Aus seiner Sicht ist das organische Germanium das Werkzeug, das die Selbstheilungsmechanismen des Körpers aktiviert, um sich selbst zu heilen. In seinem Buch sagt er, dass der Glaube, der Wille zur Heilung, eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Heilung ist. Dr. Azai betont, dass ein gesundheitsbewusster Lebensstil weiterhin wichtig ist. Organisches Germanium kann nur helfen, wenn wir uns um uns selbst kümmern. Und nach all diesen Informationen werden auch Sie fragen, woher Sie es bekommen können? Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass das ursprüngliche GE 132 nur in Japan verkauft wird und per Gesetz nicht nach Europa eingeführt werden darf. Ich habe einen Freund, der zweimal versucht hat es einzuführen, und beide Male wurde er mit einer Geldstrafe von 1.500 Euro belegt. GE 132 enthält 42% Germanium und ist als Nahrungsergänzungsmittel eingestuft. Im Internet finden Sie natürlich auch Webseiten, die organische Germaniumpräparate verkaufen. Es stellt sich nur die Frage, welchen Anteil an organischem Germanium Sie enthalten, wenn sie nicht verboten sind. Ich vermute, dass Sie keine wirkliche Bedrohung für die Einnahmen der Pharma-Lobby darstellen, da selbst 17%iges Sanum-Germanium und 10%iges Germanium-Lactocitrat für die Normalsterblichen unerreichbar sind. Aber die gute Nachricht ist, es gibt eine verlässliche Quelle. Meine Quelle für organische Germanium ist der Ganoderma oder Reishi-Pilz. Dieser Pilz enthält den höchsten Anteil an organischem Germanium auf der Erde. Von den beiden bei DXN erhältlichen Ganoderma-Präparaten enthalten die GL-Kapseln, die aus dem Mycelium, den jungen Pilzfäden, hergestellt werden, für mal so viel wie RG, das aus dem reifen Pilzkörper stammt. Diese Quelle ist sicher, die Qualität ist ausgezeichnet und ich habe ihre Wirkung bei mir und anderen seit 2011 erlebt. Dafür kann ich mich verbirgen. Außerdem kann der Preis für jede Person nach Belieben gesenkt werden, wenn sie dafür etwas tut. In dem Buch von Dr. Azai heißt es, dass man je nach Ernährung durchschnittlich 1 bis 3 mg organisches Germanium mit der Nahrung aufnehmen kann. Die empfohlene Dosis beträgt jedoch 20 bis 1500 mg. Und unter 20 mg ist keine Verbesserung zu erwarten. Ich habe keine offiziellen Angaben darüber, wie viele mg organisches Germanium beispielsweise in einer GL-Kapsel enthalten sind, aber 4 bis 6 Kapseln pro Tag bringen normalerweise eine spürbare Verbesserung. Wenn Sie etwas für Ihre eigene Gesundheit tun wollen und nicht in Japan leben, können Sie mir eine Nachricht hinterlassen und ich werde Ihnen helfen.